Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Angriff, Angriff! Wir sind getroffen! Fahrer, bringen uns hier los! Los! Drei, drei sind getroffen! Aber noch funktionsfähig! War das ein Panzer? Ja, hab ich auch gesehen! Ja, hab ich auch gesehen! Ja, hab ich auch gesehen! Ja, er geht die Banzane! Zeig sie! Feuer und Tor setzen! Feuer und Tor setzen! Feuer und Tor setzen! Aber noch funktionsfähig! Wir haben ihn am Arsch! Streifschutz! Streifschutz! Von mir geht alles her! Fahre, bring uns hier raus! Los! Wir haben uns am Arsch! Wir sollten den Anschluss einnehmen! Was zum Helm kann man das denn? Drückt jetzt doch wieder in die Gänge! Habt jemand erwischt? Okay! Wir wollen keine Hand davon! Ich zieh her! Geh her! Zieh nach was abgeht! FN 3D wird jetzt geholfen! Das ist wieder da! Aber Motor ausgedraut sich dem Wunsch! Die Staffel zerheckt mich am Ende! Einheißen! Sie kommen! Was auch immer es ist, ich hoffe es ist das wert! Funkgerät auf die 3 Endstelle! Verstanden! Wechsel jetzt! Was zum Teufel, Mann? Keine Ahnung! Wechsel einfach! Fertig! Hört ihr was? Hört zu, hier geht es nicht um uns, sondern nur eine wirkliche Atombombe! Ihr seht also, in welcher Schasse wir stecken! Der Ton war ein bisschen! Verstanden! Wir müssen sicherstellen, dass diese Wichser sie nicht kriegen! Ich höre euch! Werde tun was ich kann! Wechsel wieder zum Operationskanal! Wir sind in 30 Sekunden da! Haltet euch bereit! Verstanden! Verstanden! Drei vier, verstanden! Gitarren schlagen! Ich bin ein 8-8-8, ich bin nicht auf so der Weg. Ich bin ein 8-8-8. Ich bin ein 8-8. 6-4-0, Händler 3-4. Der Fahrrad ist eventuell nicht fahrtauglich. 1-3-Abdown werden. 1-8-8-8-8-8-8-8, eineossa Dänimänner. Achtung! Vor-Kolumnist-Defekt, schau hoch! Anvil 66, Anvil 66, hier Anvil 34, erbitten zur Fahrtliger Unterstützung. Wir stehen unter schwerer Beschutz, Handels langgelegt, sind ganz unfähig. Verstanden, unsere Luftunterstützung abzufordern. Wir tun alles, was wir können, aber... Wir brauchen Sie aber jetzt! Halt durch, Kumpel. Wir kommen. Hallo. Mr. Miller? Richtig? Amerikaner. Und Ihre Souvenirs. Gehört der Ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Hoffentlich vermisst er ihn nicht. Zu sehr. Ach, Kinder gewinnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen Tage lang. Wenn Sie sie verlieren, wissen Sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern Sie daran, dass Sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenen dazu. Nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit? Mr. Miller, verstehen Sie? Mein Vater hat mir das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei. Herr John. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst.